so was haben wir jetzt noch einmal kevin und einmal die welt da unten oder was oh mein gott kann ein joystick und nein das ding und dafür ja macht er immer bei dem level ja das war uns nach oben war okay gut ja das ist ja noch cooler so okay schnippelt mir schrimps schnippelt mir noch ein fleisch okay ich muss hier unten hin kommt ihr her kinder mit denen sterbt alles gut alles gut das fleisch in die mitte ich verstehe das prinzip ich habe nicht gesehen dass da ein weg ist das ist natürlich clever können wenn man kann immer man kann immer zwei dinge machen richtig oben links und unten rechts oder wie auch immer gott damit ihr euch da bewegen könnt erst die karotte raus ein stück weiter kann ich nicht okay so wir müssen nach links oben jetzt alle in die mitte in die mitte in die mitte ja ja ich bin ja schon da ich hätte auch unten stehen bleiben können habe ich gesagt kommst du an die karotten dran ja okay oder auch nicht soll die teller in die mitte nach links er bist du noch schnippeln weil sonst ja ja gott kannst du nach links schieben oder dass ich sterbe ja okay warte das muss ich noch lernen das ist ja okay weil das genau andersrum ist ich habe irgendwas in der hand aber mann wir sind so schlecht schrebsi fleischbaum eigentlich fleisch ist im top der zuerst gewesen ja multiplikator und so wir machen das einfach noch mal die zutaten dann fahr ich einfach wieder allerdings brennt es gleich ja das ist ja da war okay okay wir haben es auch wieder aufgegeben macht man irgendwas zum üben auch dann halt nicht das war richtig gut ja das war okay links oben rechts oben meine ich rechts oben rechts also ja genau so einen abgrund gesehen dass alles gut so oder ehrlich oder willst du den joystick machen ja ich mach den gern okay sagt mir nur wo ihr weg braucht dann wollen wir müssen jetzt irgendwie links unten hin aber ja vielleicht nicht wenn alle noch rum rennen vielleicht sollte uns einigen sobald bewegt wird dass wir alle in die mitte gehen ja oder man muss es halt im richtigen dings machen dass man die sachen nicht verliert unter sich so kannst du jetzt dass wir links und oben stehen können so jetzt kann man auf die reihenfolge achten erst das fleisch dann der schrimps dann die karotte so jetzt müssen wir oben und rechts stehen können dass wir in die kisten und die bretter kommen ja ja perfekt okay so ich brauche noch nach das fleisch ganz dringend ok jetzt muss ich nach unten und nach links ja auch so ja war die kirche oder so das war knapp nein ich stecke nichts rein wann ich muss sagen weg weg von meinem mixer das kann ich aber in die hand nehmen du musst dann in die gara stecken cashy du musst da gleich weg wir müssen jetzt nämlich alles klar nach links also ich muss hier links stehen okay gut das da rein und das da rein und so das wollte ich euch daneben stellen damit das egal nein keine anscheinend nicht ich merke schon ja wir bleiben einfach hier haben wir sonst noch etwas zu viel brauchen ich habe hier so ein bisschen vorgeschnült ja das ist gut ja auch fleisch ich mach einfach mal den trims oben ist ein teller wo sind die teller oben ist ein teller oh knapp die teller kommen automatisch die brauchen wir nicht doch die müssen wir spielen nein doch ich spiele sie die ganze zeit ok so dann fleisch und schrimmsee ok ja theoretisch gerotte als nächstes aber wir haben keine dann lass uns doch mal eben nochmal rüber gehen warte warte ja zwei karotten aber auch nur zwei karotten ja sonst nix wir haben keine zeit du kannst du das bitte drauf ablegen du musst dich abwerfen hier links brennts gleich bitte rüber 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 ich habe mich verreckt hauptsache war nie ok ok jetzt geht nach unten mit ja wir brauchen eigentlich die die karotten dinger jetzt ja ja wunderbar flop flop so ups ich wollte das nicht nehmen hm huch ich will nicht den feuerlöscher ey und zwei karotten dinger ja ätzend bitte auch in den gar korb danke nein haben wir denn noch ja das schaffen wir noch oder ja wanni nehmt ihr schon mal den dritten teller damit wir das oder ja ne das schaffen wir dicke mach hol doch die karotten raus ok na gut 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 reicht das ne rarte schaffen wir das noch wir haben keinen teller doch ich hab noch einen teller ich steh doch hier doch was brauchen wir denn weiß ich nicht keine ahnung hab ich nicht drauf 50 ja oh cool easy nice 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 chic 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 okay okay